Hallo und herzlich Willkommen zu Road of Blaze. Heute machen wir eine weitere Folge vom Nomad's Game Permadeath Modus und starten wir wieder mit einem zufälligen Spiel im Multiplayer. Bis zum nächsten Mal. Ah, da gehen wir uns doch mal gleich den Inventarplatz holen. Für unseren Exoanzug, ja, holen wir uns von uns dichteraus. Hat scheint ein Gag-System sie sind. So, hier gelernt, direkt speichern und dann kann man sich mal weiter umsehen. Ah, da haben wir uns nicht ganz geschafft. Vielleicht landen wir ja bei einem, der uns nicht direkt rauswirft. Die Leute sollten vielleicht einfach instellen, dass wir nicht wollen, dass einer zu den Joint... Dann wäre das ja kein Problem. Also finde ich das halt nicht so toll, dass mal ein Joint und dann... Einfach rausgeschmissen wird, das ist halt nicht so nice. Wenn sie Innenstellungen richtig machen, dann ist da doch gar kein Problem. So, jetzt kann er mich rausschmeißen, jetzt habe ich kein Problem damit. Jaaa! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und durchzusuchen. Dann, klar. Päschte eliminieren Ach Und das war es auch schon mit Nimmt der etwa die Gag-Kredikte? Ne? 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 das war auch wichtig gehe ich jetzt mal gerade mal nochmal speichern ehran kollege partner ja also langsam ist der schwarzauge erst mal dialekt möchten wir noch ein paar rote lernen ok 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 oder nicht hier verdichteten kohlenstoff aber gerade so in ihr tauschlaune sind wort für fusion gelernt die transporter nip nip knospen absprung köpsel auch angucken so Ja, was soll ich euch erzählen? Also, gibt's nicht viel Teile guck ich mal die euch an Ach Gott Klar hat die Nanni hier Hm, da hin Na, will mit hier noch irgendeiner was machen Nee, ich will nix für dich machen Hm, der Kredik da hab ich im Moment nicht Oh, verdichten Kohlenstoff Wahnsinn So, ansonsten war doch hier noch eine Absprungkapsel Die ... Untertitelung des ZDF, 2020 Obital Station Koordinaten empfangen 700.000 Jahre vom Platz der Galaxie entfernt An der Kurs verlor Was ist denn nur mit unserem Antrieb los? Was ist denn da überhaupt für'n Planet? Nix haben, ne? 220 Uhr fliehen wir nur Vielleicht müssen wir die Spit hier mal ein bisschen upgraden Ach, noch nicht Ja 60 Grad extern geht ja eigentlich noch Guck mal wo wir da hinkriegen Hm? 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 Technologie repariert Ja 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 Ich muss noch ein paar Units verließen. Missionsagenten zurück. Okay. 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 Naja, gehen wir mal gucken, was Tollarbeit auf sich hat. Ach, da bräuchte man also so'n... ...so Phosphor, ne? Gehen. Wer ist denn hier mit unserer Mission? Haben wir die hier? Stadt zerstören, Wäscher zerstören. Landschaftsfoto machen. Von der Kreatur. Kreaturen eliminieren. Landschaftsfoto von einer Kreatur machen. Schwierig. Weil hier kein Kreatur ist. Na ja, vorne ist noch was. Oh. Was haben wir hier noch nicht gefunden, ne? Ist das irgendwo ein Landeplatz? Nicht genügend Treibstoff. Tanken wir mal kurz. So'n Wäscher, mit dem wir Ballabaren finken können. Nice. Ah, dann will ich ja mal noch hoffen. Hm. Wo soll die denn sind? Ah ja. Wo soll die denn sind? Also? Okay. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier mitmachen können. Ein Holothermismus. Tja, das hat uns nicht viel geholfen. Oh, ich bin mal so nett und markiere es. Äh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ach ja, das war ja noch so ein Problem mit dem Wärmeschutz. So. Oh, ich bin mal so nett. Die netten Herren warten auch noch auf mich. Da bin ich aber doch offen. Uiuiui. Ein Gebäude, ja. Doch nicht. Da, die, da, 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 da. Ah, top. Haben wir unser Hündchen abgelassen? Ah, oder nirgendwo. Wird ich da suchen, oder? Gut. Lassen wir die mal brav suchen und dann gucken wir uns das auch noch an. Ach, jetzt geht er die Treppe runter. Ah, okay. Ist das hier also der, so wie jetzt ja der Absturz, sehe ich. Nichts. 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 Ach gut. Waren wir noch in der Nähe. Nichts. 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 Dann eher doch überhaupt. Vierbeiniger Wächter. Schau mal hier. Organisches Stein. Nein, das mordet immer genau. Das ist also ein Holo-Thermismus, wenn ich mich nicht... ...so grafische Kommunikationsstation... Ja, und da oben das ist... ...kommt voran. Sieben Spezies. Wenn die dann durch sind. Das Rudolf 13. System. Einfach mal vorwarten. Was gibt's hier dann sonst noch? Was gibt's hier überhaupt auf dem Planeten? Dann hier oben. Ziel-Atlas-Station. Ziel-Atlas-Station. Ich mach mir uns auch einfach ab zur Atlas-Station. Feindliche Skin enttickt. Ich mach mir uns auch einfach ab zur Atlas-Station. Warnung. Bedrohung geortet. So, wir sind weg dann. Warnung. Oh shit. Oh shit. Schlacht entdeckt. Ich sag mal nicht gut gezielt wo. Ich sag mal nicht gut gezielt wo. Ich sag mal nicht gut gezielt wo. Ich sag mal nicht gut Squallow-Ausle ruhe. Also, komm her du. Uh, machやwenker. Ich kann euch jedem empfehlen, machen einen Positronenwerfer an eurem Schiff fest. Na, das wird einmal geklärt. Die Riesenbitte habe ich natürlich noch mal nicht kaufen. 70 Schiffe zerstört. Experte. Das könnte man so sagen, ja. Das könnte man so sagen. Schön ist er ja. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld. Wo, 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 wo. HS5, der Ratso. Ich gebe dich zum Kommandanten. Na, Kommandante. Ah, mir doch. Ich bin immer noch ein armen Schwein. Das ist jetzt wahrscheinlich voll die geile Bit. Und... Ach, da hinspezieren. Oh, C-Klasse. Vielleicht kann ich den, äh, kann ich den erwerben. Ich... Ich, dich... Ich... 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 kann ich dann jetzt noch den erwerben ist das noch möglich ja das möchte ich aber ein frachter zuerst rufen ja wir müssen platz sind irgendwo ist platz ach der worp hierher nicht dafür müsste ich nämlich erst hier alles abbauen und das fehlzeug mal gucken wo wir da platzern mal den launet primär setzen gibt nämlich einen guten Lagerplatz ab da ist ja mal ordentlich was gewachsen da müsste ich ja alles mal insammeln da 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 Oh la la. Okay, dann tue ich jetzt erst mal nicht pflanzen, aber... Oder auch nicht. Okay, dann tue ich jetzt mal. Okay. 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 Plätze in Anzug, Elving Tower. Haha, hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was jetzt relativ effizienten Nutzen Na ja, mehr Platz im Frachter, aber im Moment Da haben wir noch ein bisschen Probleme Was jetzt relativ effizienten Nutzen Sehr schön Ah, hier noch Okay Okay Hm, Ammoniak, Ammoniak kann man ein Traumschiff machen Das muss man auch da machen Traumschiff und ein Traumschiff Traumschiff Wer ist jetzt hier? Den machen können Ah, schon voll? Oh, äh Okay, ein Bildnis Was können wir noch verkaufen Äh, ja Just Navigationszeiten, wir gehen Wiederhergestellte Technologie Deutsch Guck mal, was wir hier noch haben Und Kaktusfleisch Können wir aus Kaktusfleisch noch machen Stabiles G Sind doch noch 500 Pätschiff 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 Schimmel Kontma Gar nichts machen Das ist toll Pätschiff Pätschiff Technologie aufgeladen Okay Ich wollte damals mal kurz Inventar schicken Pätschiff Als ob Doppelada Dein I Säk 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 Säkan Säk 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann noch eben auf Froströste Und dann zur Abendriff Raumschiff wieder Platz machen Pugneum, Pugneum Hier noch Audits Pugneum, Pugneum, Entsäumer Ach... Ich glaube, wir müssen trotzdem ganz kurz runter in ein anderes Schiff Noch Platz ist... Das müsste noch kurz sein Pugneum... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ist schon leer Top 20 Millionen, ich hoffe das reicht So, ich wünsche euch was Ihr Dein Gags Was schön mit euch Ich habe nur ein Schiff dabei Jetzt dort holen Wo Aktiviertes Emeril Okay Ich dort dann gelassen Da hat er sich nicht genug Geld an Was hat er hier hingemacht? Aktiviertes Indium Damit müsste ich verreisen Dass ich noch was verkaufen kann Apropos Kaufen hätten wir hier auch noch Zeug Genau, da gibt es nämlich immer noch ein bisschen Kleinen Kram Von jetzt einsammeln Nichts gefunden Ja, da ist es ein bisschen Ich bin Und Ich bin Nein Ich bin Ich bin Schlaas Ich bin Schlaas Schlaas St Ich bin Was ist das denn? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Schauen wir das mal jetzt genug Units an. Für uns einen neuen Frachter zu kaufen. Ah 700.000 Units. Kann ich jetzt hier Fregatten Treibstoff verkaufen? Hm, hm, hm. Okay. Aber nur sind welche da. Den ich mit verkaufen könnte. Seid jetzt euer Ernst. Schade, schade, dass ich da nicht zugreifen kann. Nein, ich will ja auch was verkaufen. Verkaufen. Hm. Scheiße. Was wär jetzt gewesen? Gucken's euch an. Tja. Was soll ich machen? Ich würde hier das Teil da kaufen. So. Kommandant Noda. Ja, ich möchte kaufen. Ja. Ja, 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 ja. Eintauschen. Oh, wir haben einen neuen Frachter. Klasse C Frachter gekauft. Das ist ja mal ein Gerät hier. Jetzt können wir hier mal ein bisschen umräumen. Das ist ja mal ein Gerät. Ich brauche ein Frachter Kommandoposten. Bitte. Für meine Flotte abzumelden. Und seltene Gegenstände. Ja. Hätte ich das Feuer gemacht. Aber hätte ich das halt nehmen. Wow. Ermanente Technologie. Kann gebaut werden? Null. Weil ich nicht genug romatisches Metall habe. Nein. Das habe ich wahrscheinlich auf einem anderen Schiff gelagert. Kann mir das mal holen gehen. Kann mir das mal holen gehen. Ja. Oh. Na ja. Steckt immerhin nicht in der Raumstation drin. Sollten. alle Schiffe da sein. Sollten. Sollten. Dann machen wir das noch aktuell Und dann Hinten wir soweit alles Statt uns Ja, da trifft sich ja gut Hier jetzt auch noch V-Ausstritt ist Oh, das ist mir noch gewohnt Metafel Wow Wirklich was gelohnt Phosphor war das, was man noch gebraucht hat Gute Frage, wo ist der wohl abgeblieben? 139 R Southeast Ah Oh Ah 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 Jetzt würde ich immer noch gern meine permanente Technologie hier aufbauen Drehen, drehen, R, T Zack Handelsterminal Ja, gehört Pfeilplatten Phosphor Dieser Phosphor Teilplatten, also Metallplatten Produkt hergestellt Was ist vorher schon wieder? Fracht auch immer Tritium Tritium Fritium Ist also auch Verlorgang Ich glaube, kann der Zender sich vergessen Den ganzen Kram in den Frachtwasser übertragen Ja 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 Das ist durchaus möglich Das ist möglich Ach, ich bin nicht unfähbar Dann machen wir halt Lagercontainer Ähhh Lagerung Lager 0 Lagercontainer 1 Lagercontainer 2 Lagercontainer 3 Lagercontainer 4 Lagercontainer 5 6 7 Ja, das habe ich tatsächlich verpeilt. Oh, no. 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 Uppritz Ahem, hm hm hm. sehr lange für im nitrat rohrstoff reserve Arbeiten wir noch im Raumschiff an, Ura, Pyrrhyt, Teil könnte man noch überfahren. Warte ich jetzt, Metall, ja. Das Raumschiff. Antimate jetzt? Ist aber hier. Muss man hier noch Ura, hören. Ura. Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Posphor, Miss Marker, Posphor Posphor, Miss Marker, Pulse 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 Ponyak, Pyrrith, Kupfer Posphor, Pulse Posphor, Pulse Pulse, Pulse Posphor, Pulse Posphor, Pulse Pulse Pulse, Pulse, Pulse Pulse Posphor, Pulse Pulse, Pulse, Pulse 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 Pulse, Pulse 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 Pulse